Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück. Heute sollte eigentlich der H2M-Mod droppen. Der H2M-Mod war nichts anderes als ein Mod von passionierten Privatentwicklern und Spielern für Modern Warfare 2 Gameplay. So, dass man auf dem PC Modern Warfare im Prinzip nochmal wiederleben kann. Der Face-Clan war dabei, wobei der mittlerweile echt komplett broken ist und komplett kranke Leute und hat auch nichts mehr mit Face damals zu tun, aber es gab wieder Clips, es gab wieder Gameplay und Modern Warfare 2 war eins der besten Games der Welt. Und dieser H2M-Mod wurde über vier Wochen promotet überall und jeder hat sich drauf gefreut. Also CDL-Player, große CDL-Streamer, die Teams, normale Spieler, Zuschauer und sonst was. Und das Ganze war basierend darauf, dass man eben original Modern Warfare Remastered auf dem PC kaufen musste. Das heißt Activision hätte komplett Geld bekommen und hat es auch, damit man diesen Mod eben installieren kann mit den Files und dann auf Servern ganz normal spielen kann. Modern Warfare Remastered kann man genauso wie MW2 und die anderen alten Games auf dem PC nicht mehr spielen. A, es gibt keine Spieler. Damals war PC Gaming Call of Duty halt komplett tot, also wirklich komplett tot. Deswegen ist es immer so geil, wenn so Leute auf dem PC sich über Crossplay beschweren, weil ich mir denke, Digga, ohne Crossplay würdet ihr bis heute auf dem PC niemanden haben, der mit euch spielt. Und wenn man sich das mal anguckt, die Gesamtspielerzahl, die Peak-Spielerzahl von MW2 damals auf dem PC, passt mal auf, wie die aussah. Guckt euch das hier mal an. Das hier war auf Steam damals bei MW2 die Peak-Spielerzahl. Das war das Maximum, was jemals auf Steam an gleichzeitig spielenden Spielern bei MW2 recordet wurde. Und das Ganze hätte dieses Mal wunderbar funktioniert, wenn Activision nicht das größte Hundesohn-Unternehmen aller Zeiten wäre. Guckt es euch an. Bob, das ist Bob Network, der leakt seit drei Jahren regelmäßig diverse Dinge aus Call of Duty, die bisher jedes Mal zu 100% korrekt waren, schreibt. Quellen von Activision haben bestätigt, dass der H2M-Mod ein Cease and Desist Order, also das ist eine, im Deutschen kann man sagen, ein Schreiben von einem Rechtsanwalt, mit einer sofortigen Aufforderung, jegliche Arbeiten an diesem Mod zu unterbinden. Also sofort, da gibt es auch keinen Delay und kein gar nichts. Als letzte Abmahnung sozusagen, sollte man damit fortführen, wird es eben rechtliche Schritte geben und gegen ein Activision-Unternehmen mit einer eigenen Rechtsanwaltskanzlei oder mehreren Rechtsanwaltskanzleien legt man sich als privater User einfach nicht an. Ihr verliert diesen Kampf. Völlig egal, ob ihr Recht hättet oder nicht. Die gehen so lange in Berufung und hauen Tausende über Tausende über Tausende von Anwaltskosten rauf, dass ihr irgendwann pleite seid. Vielleicht wisst ihr, dass ihr im Recht seid, ihr geht trotzdem pleite währenddessen. Und sie bestätigen hier, oder Bob Network bestätigt hier, dass die Angst bei Activision war, dass dieser erfolgreiche Mod, der von den Leuten wirklich abgefeiert wurde, weil er echt gut aussah, dafür hätte sorgen können, dass die Black Ops 6 Sales etwas niedriger sind als erwartet, weil die Leute lieber ein älteres COD spielen als eins der neuen mit SPMM. Und die Jungs von H2M gestern haben dann hier geschrieben, Das heißt, ihr müsst euch das vorstellen. Drei Wochen lang war Modern Warfare im Steam als Sale gelistet für 20 Euro statt 40. Was schon Wahnsinn ist, dass man für ein Game aus 2016 40 Euro bei Activision zahlen soll. Activision selber hat dieses Game als Sale gelistet. Steam selber macht das nicht, sondern die Entwickler und Publisher, die die Games dort anbieten. Nachdem Activision jetzt wochenlang Modern Warfare Sales generiert hat, also auch zu 20 Euro statt 40, damit es nochmal lukrativer für alle ist, das zu kaufen. Und viele haben es sich schon vor Tagen und Wochen gekauft, weil sie den Mod spielen wollten. Jetzt ein Tag vor Release von dem Ganzen. Und Activision wusste, wann Release ist, weil die Leute von H2M haben das ja öffentlich bekannt gegeben. Einen Tag vorher hauen sie diese Order raus. Nicht zwei Tage oder vier Tage oder eine Woche oder da, wo sie wussten, dass dieser Mod kommen soll. Einen Tag vorher haut Activision, nachdem sie drei, vier Wochen richtig schön Kohle kassiert haben und richtig schön Modern Warfare nochmal verkauft haben, was ja großartig ist für Activision, weil das ja sonst keiner mehr kauft, weil man es nicht spielen kann. Haben sie gesagt, okay, jetzt haben wir genug Geld verdient. Und jetzt schreibt unsere Kanzlei den Eimer und sagt denen, ihr unterlasst das mit dem Mod mal lieber, weil es ist besser für euch und besser für uns. Das heißt, dieses Unternehmen hat wochenlang auf dem Rücken dieser Leute richtig Kohle kassiert. Dieser Mod hätte keinerlei Nachteil für irgendjemanden bei Activision gehabt. Und wenn sie mir wirklich erzählen wollen, dass sie glauben, dass ein Game mit einer Mod nur auf PC aus 2016 riskant sein könnte für Verkäufe von einem nagelneuen AAA-Game, was von Treyarch kommt, was so viel Marketing-Push und sonst was von Activision bekommen hat, dann muss man sich doch fragen, ob A, die Leute bei Activision alle geistig eingeschränkt sind, das ist die eine Option, oder zwei, ob einem nicht bewusst ist, dass sowas wie Skill-Based Matchmaking und die Qualität der Games, die man mittlerweile liefert, dermaßen schlecht ist, dass ein Game, was zehn Jahre alt ist, höchstwahrscheinlich mehr Beliebtheit erlangt, als das nagelneue Baby, was man irgendwie raushauen möchte. Und wenn man sich das hier anguckt, das ist Saw, das ist Face Rain, das ist Tim The Tatman, also wir reden jetzt von schon bekannteren COD-Creator und CDL-Playern und Streamern und sonst was, die kommen alle nicht darauf klar, dass Activision so einen Hundesohn-Move raushaut. Und das größte Problem ist, wenn ihr bei Steam etwas kauft, habt ihr zwei Optionen in der Regel, euer Geld für die Games wiederzubekommen. A, ihr habt weniger als zwei Stunden Spielzeit da drinne und B, es ist nicht älter als eine Woche alt. Das Problem ist, dass viele Leute schon ein bisschen die letzten Tage und Wochen gespielt haben, auch ohne den Mod, einfach nur, weil sie eben das Game jetzt gekauft haben und Bock hatten, schon mal reinzugucken, gucken, ob man einen Server findet, wo keine Cheater unterwegs sind oder Sonstiges. All diese Sachen sind jetzt vorbei. Das heißt, viele Leute haben 40 Euro ausgegeben. Da ist jetzt Activision schon auch direkt Schuld dran, weil sie haben es ja auch in den Sale getan und haben damit ja aktiv beworben, dass man es eben kauft, ohne dass sie natürlich gesagt haben, ey Leute, kauft MWR und dann könnt ihr den H2M-Mod kaufen oder downloaden, der ist ja umsonst. Das heißt, all das ist die größte Scam-Geschichte, die ich jemals von diesem Unternehmen gesehen habe, was ein Wunder ist, denn dieses Unternehmen schreit nach Scam von Anfang bis Ende. Wir haben das gleiche gesehen bei SM Square damals, was viel mehr als nur ein Mod war. Das war ja fast ein eigenständiges COD-Game, was die Jungs und Mädels da gemacht haben. RIP, die waren echt klasse und passioniert. Wir haben das Ganze mit dem H2M-Mod gesehen, wir haben das vor Wochen mit einem anderen Mod gesehen. Keiner dieser Mods wird wahrscheinlich jemals released werden, ohne dass Activision da reingeregt. Aber es ist für mich so unfassbar fraglich, warum. Weil Activision generiert dadurch unfassbar viele Sales für ein Game, was sich sonst nicht verkauft. Für 30, 20, 40, 50 Euro. Die Playerbase wird nicht gesplittet, weil wir hier nur von PC sprechen. 99% der aktuellen Leute, die auf der Konsole spielen, hätten das wahrscheinlich niemals angefasst. Also ist es für Activision keine Gefahr, kein gar nichts. Es ist einfach nur, man hat eine einfache Möglichkeit gesehen, ein Hundesohn zu sein, hat das Geld kassiert, hat den Leuten ins Gesicht geschissen und hat wieder alle verarscht, die da am Start sind. Dieses Unternehmen ist wirklich dermaßen scheiße und das Einzige, was Activision seit Jahren rettet, ist die Dummheit und die Sucht von uns allen und die verzweifelte Suche nach anderen Games, die annähernd dieses Feeling bringen, was Call of Duty früher mal gebracht hat. Es geht gar nicht mehr darum, dass Call of Duty immer noch so ist, wie es früher war, aber irgendwie lebt man immer noch so ein bisschen in Nostalgie und sonst was. Und ja, auch ich als Creator, der auch damit Geld verdient, supportet durch Videos und Streams und sonstige Sachen, dieses Unternehmen auf direkte oder indirekte Art und Weise, genauso wie jeder andere, der es kauft, der darüber redet oder sonstiges. Aber unabhängig davon muss man ganz ehrlich sagen, dass das einfach bodenlos ist. Es ist absolut bodenlos, es ist schockierend, es ist, ich finde es traurig und ich finde es vor allen Dingen schade für die ganzen Leute, die Bock hatten, ein paar Wochen einfach just for fun mal ein altes COD zu spielen, was dann mit weniger Cheatern und Hackern unterwegs gewesen wäre, mit einem Mod, der coole Sachen gebracht hat. Und da wird es mit Sicherheit auch rechtliche Grundlagen geben, auf der man sagen kann, Activision ist im Rechner mit sowas zu machen. Aber das eine ist, womit ich im Recht bin und das andere, wo ich als Game Publisher, der eigentlich Games für Spieler entwickelt und nicht Games für meine Pocket als erstes, sondern erst Games für Spieler und am besten parallel Games für meine Tasche oder für meine Brieftasche, dass die das nicht hinkriegen, da irgendwie da in einem Team zusammen zu entscheiden, wir erlauben das oder wir supporten das oder wir machen Einschränkungen, wie dieser Mod erlaubt ist, sondern dass man einfach sagt, gebt mir euer Geld, drei, vier Wochen und dann einen Tag vorher, okay, jetzt habt ihr uns Geld gegeben und jetzt raus mit dem Mod, das werden wir hier nicht doden, kauft Black Ops 6, 80 Euro. Das ist das, was mich krank macht. Und ich habe keinen Bock aktuell auf COD-Spielen, also die ganze Woche jetzt eigentlich schon nicht. Ich zocke, suchte gerade Delta Ops. Dieses Game ist in der Alpha. Ihr könnt es heute bei mir ab 20 Uhr live auf Twitch sehen. Dieses Game macht unfassbar Fun und ich kann euch eins sagen, ihr könnt es für 2 Euro einen Key kaufen aktuell, bei Kinguin ist das. Ich habe da keinen Link, keinen Affiliate, kein gar nichts. Habe ich auch gemacht, dieses Game in der Alpha ist besser als Battlefield 2042, selbst 4 Jahre nach Release, also oder 3 Jahre oder 2. Dicke Empfehlungen Leute, gönnt euch das. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, haut rein.